Musik Moin, mein Name ist Hauke Jansu-Visser. Ich bin 28 Jahre alt, seit dem 16. Lebensjahr bei den Seenotrettern. Und seit 2014 bin ich Vormann auf der Station Hüs. Unsere primäre Aufgabe hier auf der Insel ist, den Rettungsdienst auf See sicherzustellen. Schiffe, die eine Hilfeleistung benötigen, zu unterstützen, aber auch Krankentransporte von der Insel ins Festland zu fahren. Und dann müssen wir ran. Bei unserem Ponton liegt zurzeit das Seenotrettungsboot Krempe. Das wird voraussichtlich bis zum 25.03. hier auf der Insel ihren Dienst tun und durch das SRB 66 abgelöst werden. Das am 1. April um 15 Uhr hier auf der Insel am Ponton getauft wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017